Eine Blondine ruft ihren Freund im Büro an. Schatz, ich hab hier ein Puzzle, aber ich kann's nicht. Jedes Teil sieht gleich aus. Hast du eine Vorlage? Ja, auf der Schachtel ist ein roter Hahn, aber ich kann's trotzdem nicht. Er überlegt und sagt... Red dich nicht auf, wir versuchen es heute Abend zusammen. Als er nach Hause kommt, sieht er seine Freundin verzweifelt. Anschließend sieht er die Schachtel. Seine Freundin ist verwirrt und er sagt... So, jetzt packen wir die Cornflakes wieder ein und reden nicht mehr darüber. So, jetzt packen wir die Cornflakes wieder ein und reden nicht mehr.